Feine Sache. Ohne Antrag zum Energiegeld für Rentner. Zwei Ausnahmen gibt es aber. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Zahltermin für die 300 Euro Energiegeld rückt immer näher. Bis zum 15.12.2022 sollen die 300 Euro an ca. 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ausgezahlt werden. Und das ohne Antrag. So sagt es das neue Energiepreispauschalengesetz für Rentner und Versorgungsempfänger. Dass die 300 Euro ohne vorherigen Antrag gezahlt werden sollen, ist aus meiner Sicht eine sehr gute Sache und vor allen Dingen unbürokratisch. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Erstens, wer von Ihnen als gesetzlicher Rentenempfänger die 300 Euro Energiegeld wieder erwarten bis zum 15.12. nicht gezahlt bekommt. Also aus einem Grund, der uns jetzt noch nicht bekannt ist. Oder Bezieher einer europäischen Auslandsrente mit Wohnsitz in Deutschland müssen oder können bis zum 30.06.2023 einen entsprechenden Zahlungsantrag stellen. Dann gilt ohne Antrag kein Energiegeld. Den Antrag stellen Sie bitte hierfür bei der zuständigen Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum. Daher geht es in diesen beiden Fällen nicht ohne Extraantrag. Daher sollten alle unsere Rentner, die die 300 Euro nicht bis zum 15.12.2022 ausgezahlt bekommen, wissen, dass sie ab dem 9.1.2023 bis zum 30.06.2023 einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee stellen. Am besten natürlich nachweislich schriftlich. Die betroffenen Rentnerinnen und Rentner können diesen Antrag auch bei ihrer zuständigen Rentenstelle einreichen. Diese muss dann den Antrag nach Bochum zur KPS senden. Auslandsrentenbezieher mit Wohnsitz in Deutschland müssen den Antrag zwingend bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum stellen. Denn sie haben ja naturgemäß hier in Deutschland keine Rentenversicherungsnummer der Deutschen Rentenversicherung oder eines Regionalträgers. Achten Sie bitte auf den Zugangsnachweis, wenn Sie einen Antrag auf Zahlung stellen müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Die Vielen Dank.